Hi Leute! Jeder Magier fragt sich, wann man endlich die beste Magie erlernen kann und wie man die freischaltet. Hier kriegst du die Antwort. Die ersten geblockten Zaubersprüche schaltest du frei, indem du das Nebenquest Zaubermeisterschaft abschließt. Diesen Quest bekommst du, nachdem du den Meister findest. Folge einfach der Hauptgeschichte, der erscheint dann einfach. Die restlichen geblockten Zauber bekommst du, indem du das Nebenquest Der Blutrote Kristall abschließt. Dieser Quest taucht auf, nachdem ihr den Hauptgeschichte-Quest Lu Bu, Mächtigster aller Männer, abschließt. Also eigentlich muss man nur der Hauptgeschichte folgen und paar Nebenquests abschließen und schon habt ihr alle Zaubersprüche. Aber welche die beste Magie meiner Meinung nach im Spiel ist, das zeige ich euch im nächsten Video. Lasst bitte einen Finger nach oben und viel Spaß beim Spielen!